Guten Morgen von unserem Balkon hier in Aonang. Für uns geht es heute nach Norden und zwar in die Stadt Kaolak. Da schauen wir uns den Strand an und die Stadt und auch die Gedenkstätten für den Tsunami von 2004. So, die Karte. Ja, kann man machen. Oh, cool, das probieren wir mal aus. Also, wir haben ein bisschen Platz. Hier kommt uns eine Karte. Von Aonang bis bei Krabi bis nach Kaolak sind es 140 Kilometer. Die fahren wir jetzt mit dem Scooter. Mal schauen, wie lange wir da brauchen. Also, los geht's. Noch kurz auftagen. So, wie lange wir da brauchen. Musik 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 Wir haben unseren schnellen Flitzer jetzt hier links an die Straßenseite gestellt und machen eine kurze Pause. Sind seit ungefähr knapp zwei Stunden unterwegs. Jetzt gibt es erstmal eine Drachenfrucht und eine Mango. Trinken was und dann strecken wir uns und dann geht es weiter. 40 Kilometer sind es noch. Musik 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 Wir waren gerade in dem Tsunami Museum und haben uns das angeschaut und das ist schon super interessant. Die haben da so Vergleichsbilder wie es gleich nach dem Tsunami aussah und dann zehn Jahre später. Jetzt regnet es gerade. Und bevor wir auf den Roller steigen, haben wir uns gedacht, essen wir lieber noch an Eis und warten kurz bis der Regen vorbei ist. Musik Musik Wir haben uns jetzt ein Restaurant gesucht, hier direkt am Strand und essen erstmal was. Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Musik Musik stuffing Wir haben jetzt unser lauschiges Plätzchen gefunden, wo wir den Sonnenuntergang anschauen und wir haben uns auf dem Markt gerade eben noch Mango Sticky Rice gekauft, den essen wir dann und dann haben wir noch eine kleine Überraschung heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.